Wir sind über dem Einsatzgebiet. Los, los, los! Die Gegner sehe ich keine. Ich auch nicht. Jetzt habe ich einen gehört. Ja, ist bei mir gelandet. Ist tot. Ich denke mal, dass noch mehr da sind. Ich glaube, dass ich noch mehr höre, ja. Wer war das Tor? Rauchgranate, wer war das? Ich. War da drüben in dem großen Gebäude schon jemand? Aber hier ist die Tür offen. War der Kerl wirklich bloß alleine? Möglich. War das so ein Einzelgänger oder so? Hm? Kann sein. Kann sein. Meine Fresse, ey. Die Häuser hier habt ihr schon alle gelootet, oder? Mhm. Ich bin noch keine Hussi. Ich war wieder auf dem Dach auch schon, wo ich gerade bin. Ich weiß nicht, wo du bist. Hm, ne. Mal raus. 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 hier bei mir wäre eine rüstung der einsatz nicht mal warte mal ich habe vorhin gerade eine 2 abgelegt da wo du blau markiert hast timo also der wo da wo der blaue mark ist da liegt eine 2 rüstung doch wieder ich mein für ein chris ganz kurz nett nett ist er ja ja meine beste fernkampfwaffe ist eine vapor nicht so geil ich habe eine auto ich habe mir aber ja okay ich habe eine schwertfisch gefunden würde ich die nehmen wir sind kurz weitergegangen er ist nicht erschrecken ich komme ich entgegen ich höre mal wieder gar nichts meine hand tut so weh man ich habe gar nicht und mit dem drin hier oben ist eine 2er drin die rampart hier nehme ich mir genau bei uns ich auch nicht nur zufällig nur gesehen ich verschanze mich hier oben mal hey das kann doch nicht sein das gibt es doch nicht das sniper gehört was machst du gerade ich gucke nach wie es funktioniert ich check es nicht warum die rang gesucht hat bei mir gibt es keine einstellung wo steht ranzoomen machen wir nichts zurücksetzen drückt funktioniert es nicht finde ich mega gut ich bin schon da ich befürchte bloß eventuell das gegner von hinten kommen von den sechs häusern weißt das leben noch relativ viele auch immer mal in die richtung oder so ich bin uns mal toten stelle dann mache ich nicht so ein krach immer noch das war zu viel vorratslieferung unterwegs mit die 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 Das muss ich immer mal machen, oder? Ich hatte aber grad nicht mein String, oder? Nee. So? Okay. Ja, nur so. Ähm, Westen, ein Gegner sehe ich. Ja. Ja, den hab ich auch gerade gesehen. Ja, wir laufen. Ist der allein? Einen Busch, den könnte ich direkt weghauen. Wo ein Busch? Wir sehen, hinterm Stein, äh, 260 ungefähr. Ja, genau, der Hüfte kriegen hinterher. Hat keine Rüste mehr. Ist doch bei 250 Grad hinter der Mauer. Hm? Passt auf den Zweiten auf, der hängt ja auch in der Mauer. Ja, das sind mehrere, das sind mehrere, das sind mindestens drei oder so. Ja. Holst Timo. Wer holt denn Timo? Holst du ihn? Ja, da kommt jetzt ein LKW gerade, gell? Ja. Ah, 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 der ist im Fenster, im Fenster. Weg, weg, weg von da. Äh, lol. Toll. Ja. Das ist so geil. Den Typ feier ich auch. Den Typ feier ich auch ohne Ende. Ich baller den wie wild rum. LKW. Begebt euch zur abgezeigten Sicherheitszone. Der will dich überfahren Timo. Ähm, ja, hat er auch geschafft. Wir überlaufen uns, die anderen hinterlaufen uns. Wo? Mhm. So. Einen hab ich. Timo. Heilung, Heilung. Ja, ich mach's, aber es... Die nerven nicht so. Ah, kack. Einer hat keine Rüste mehr. Der ist hinterm Baum. Da unten ist auch einer. Westen, Westen, Westen kommen zwei. Also, einer liegt, der andere kommt. Achtung. Hab einen. Hab den anderen. Was? Beim, beim Ding ist noch einer. Bei der, bei der Mauer. Alle tot, alle tot. Bei der Mauer. Ich geh zum Timo, ich geh zum Timo. Ab dir den bei der Mauer? Die, wo er aufgestellt hat. Die Barrikade, meinst du? Ja, den hab ich. Ja, die Barrikade, ja. Ach so. Der hat mich getötet, Quatsch. Unschä. Unschä. Oh, jetzt brauch ich unbedingt ein Leben. Und ne Rüstung. Auch Muni. Ja. Er ist auf. Lass mich grad für den gleichen hin, Chris. Ja. Sorry. Ja, Lieben brauch ich nicht. Ich brauch nur Muni. Ich hab Schritte davor. Uns ist noch einer. Der rinnt grad ins Haus rein. Südwestlich. Der ist grad in das rechts, also ganz rechts ins Haus rein. Okay. Oder er läuft hinten vorbei. Ah, oben. Hier sind mehrer. Das sind mehrer. Haben ihn. Sauber. Äh, Kreis kommt. Ja, wir müssen los. Hier hinten ist auch noch einer. Passt auf. Noch einer? Hast du den nicht? Nee. Der ist nicht gestorben. Was hast du denn erwischt? Angeschossen. Völlig kreis, ne? Ich glaub der ist in die Anlage rein. Ja. Pass auf, gell. Ja. Ja, aber wohin? Ich seh nicht. Ah, da hinten rennen da, glaub ich. Haben ihn. Okay, passt. Falls es der war. Ja. Ja, mein ist auch am Arsch. Ja. Da vorne sind wieder Schüsse Richtung Osten. Mal links lang. Rechts wäre High Ground. Aber da geht's Richtung Skistand, Alter. Das auch noch, ja. Ja, das würde ich nicht. Such die Sicherheitszone auf. Da, da unten grad ein Laufensinn. Ja, das sind auf jeden Fall Schüsse da hinten. Aber rechts Richtung Südwesten habe ich auch einen Schuss gehört vorhin grad. Hm, danke. Wo wollt's hin? So gut. Dann würdet ihr ja über rechts gehen. Da bleibt er weiter oben. Und nicht schüchtern. Ja, aber da unten geht's voll ab, Mann. Kreiskollaps steht bevor. Alle Mann in Sicherheit. Jo, da sind Gegner. Einer ist down. Weiß ich nicht, ich hab nur den einen gesehen bis jetzt. Rechts von dir, links von dir. Ah. Hab ich. Bleib liegen. Ja. War er gleich tot? Ja. Die haben zusammenkürt, die zwei. Ich hab mir nur Muni genommen. Was macht der jetzt? Na auf. Ah, ich hasse es, Mann. Scheiße. Was macht die irgendeine Linie? Gehen wir wieder nach links. So, ja. Jo, noch sechs Gegner. Gehen wir drauf, oder? Und ich hab grad nen Schuss auch gehört. Also links sind die, glaub ich, alle. Vorräte direkt vor uns. Ja. Ja. Ganz schön offen. Aber wir können schon hin, wenn ihr wollt. Mhm. Ich brauchst du nicht. Ich brauchst du nicht. Ich bräuchte ne Rüst nicht. Ja, ist das laut. Mhm. Richtung Osten war auf jeden Fall grad nen Sniper Schuss. Also ich hab ihn gehört. So, wie geht der Kreis hin? Sind wir gut oder sind wir am Arsch? Hat jemand von euch 50 Muni? Oder was hab ich? Hab ich. Achtung. Weiterer Kollaps erwartet. Such die Sicherheitszone auf. Ja. So gut. Ich hab das Angst, dass die von links oben kommen. Ich hab das Angst, dass die von links oben kommen. Sniper? Jo, Richtung Nordosten war ein Sniper. Danke. Kreiskollaps steht bevor. Alle Mann in Sicherheit. Jaja, ich weiß schon. Ich will bloß sagen. Ich wollt bloß hier über die Anhöhe da schauen. Nicht, dass da auf einmal einer davor steht. Okay. Jo, da unten kommt einer. Ich geh auch rein. Bei mir. Meinen hab ich. Der liegt aber nur. Ich hab den anderen. Der liegt auch nur. Den hab ich komplett. Meiner geht gleich durch den Kreis drauf. Ich hab ihn. Auf dem, wo ich geschossen hab. Noch drei. Ja. Da unten ist noch einer. Noch einer. Ah, da. Auf mich werd geschossen. Ja. Von da unten. Hab ihn gesehen, ja. Osten. Hinterm großen Baum. Hab ihn. Hab ihn hinter dem großen Baum. Wo sind die letzten? Vor mir östlich ist einer. Ja. Ja, kann man so lassen, oder? Würde ich meinen. Ja. Ja, mhm. Ja, mhm. Ja, mhm. Ist doch mal schön anzuschauen. Ja, mhm. Ja, mhm.